hey meine rambas schön dass ihr wieder dabei seid bei let's play world of tanks und heute mit dem td um ganz genau zu sein dem e3 der usa ein tier 10 td eingeschickt hat in dem fall mercutio oder mercutio je nachdem ob man spaniers mercutio bisschen groß die minimap und besonders wichtig er hat mir in die e mail reingeschrieben dass er den so gespielt hat wie ich gerne habe und zwar nämlich aggressiv also eben nicht hinten stehen und weg snipen was man natürlich auch ohne frage machen kann sondern eben aggressiv vorne an die front und gerade der e3 den sehe ich gefühlt sogar seltener als den e5 also von dem her schön auch dich mal begrüßen zu dürfen dürfen vor allem also dadurch zu kommen am turm also direkt es ist ja da ist schon schon aufgabe oben am mg gibt es dafür leichter und jetzt fahrt er hier schon richtung gegner und ich glaube ich sehe schon was er vor hat der t 44 der hat den weg da vorne hin bereut der ist ganz schnell weg gewesen nicht so clever so ganz ohne backup so jetzt kommt dann t 62 a und hier der fv der schwere panzer nicht der td nicht zu wechseln so auf den he vom 112 er hat er schnell repariert jetzt kriegt der t 62 ein rein und er bekommt ja die ersten hits schon 112 löwe tiger 1 jeder hat hier irgendwie ist auf ihn abgesehen wird die beiden oben ist auch noch was zack munitionslager da weggenommen um der amx der e 50 wahnsinns gefecht schon direkt so gefällt mir das genauso will ich das sehen überall ist was los nach ladezeitpunkt ist jetzt hier ungünstig dass der so lang ist aber geht nicht anders der 30 b da oben hat ihn jetzt auch noch genervt der 112 erhält weiterhin immer mit he auf ihm wer fahrt jetzt drauf bekommt jetzt hier den abprallern vom tiger 1 der amx 30 b weiterhin auch eine badger ist da oben auto eben auf die badger die bekommt 800 erhit so der e 100 fahrt ist auf dem 30 b da oben drauf und auch er fährt jetzt hier oben entlang der richtbereich von seinem turm ist wirklich minimal nach links und rechts er sieht jetzt gerade ist er voll ausgeschlagen und jetzt nach rechts voll ausgeschlagen also da muss man wirklich die ganzen panzer immer mit drehen so die badger ja was ein schöner hit da hat die badger irgendwie keine ahnung was sie da machen wollte der 30 b ist ja mittlerweile auch zerstört das hat der gb tiger gemacht und dementsprechend kann er sich jetzt hier da unten den leuten widmen so oder hat der der kinderwerfer den tiger 2 weg gemacht und jetzt der 112 war während ihr ihnen schon so viel he schellen gegeben hat ja so viel zwei stück aber ist immer noch genug und dem will er sich jetzt bestimmt rächen oder nimmt den löwen mal schnell weg löwe zack 3 30 ist jetzt auch an dem abgeprallt wie viel durchschlag hast du denn eigentlich 295 und 375 mit premium so da ist doch da hinten blöd ist der moment durch die optik zu fahren ja hat er 100 dann mit seinem leben bezahlt jetzt hat der waffenträger auf ihn geschossen aber daher gab es den abprall der 112 war mit seiner munition ob das so immer gewollt ist und wage ich mal zu bezweifeln auch das frack kriegt er jetzt schon hier die hitze da muss aufpassen da zieht sich deswegen jetzt auch ein bisschen zurück wo ist der 112 war wo bleibt der waffenträger beide dürften ihn demnächst wieder beschießen auf jeden fall hat er den rückwärtsgang definitiv jetzt für sich entdeckt aber da ist halt das panzer ist allgemein schon kein rennpferd aber rückwärts dann noch mal langsamer und jetzt will er da wohl den hügel stürmen 8 zu 8 sehr ausgeglichen bis dato der conqueror da vorne dann ist er noch 100 mal gespottet gewesen aber er dürfte jetzt gleich den conqueror ins fadenkreuz bekommen da ist der ehren 100 und den da kommt da super drauf 1 1 1 1 1 jetzt dreht er sich perfekt also unten auf die wann er hätte drauf kommen können aber man hat gesehen in der ziel an sich da ist der schuss ein bisschen zu weit nach oben gewesen so da der conqueror oder nimmt er den ehren 100 er geht auf den ehren 100 mit premium und halt auch da oben am deckel ab ist halt auch nicht so leicht dem ehren 100 einfach durchzuschießen selbst im premium nicht so jetzt dann schließe sich auf den konkurren zu gehen da dürfte aber gar kein problem haben da kommt damit premium ganz easy durch stellt es auch wieder auf normal munition um er steht jetzt hier sehr gut 8 zu 9 aktuell von dem er immer noch alles drin für beide seiten so der jagdpanzer da nimmt er jetzt den conqueror raus jetzt vielleicht langsam mal den ehren 100 da drüben wegbekommen da der kinderwerfer der ist da fleißig er konnte jetzt auch ein schönen 700er auf dem ehren 100 landen 100 fahrt jetzt richtung arti so er kommt nicht drauf dass leider etwas zu hoch sage ich in anführungszeichen also dieser wahl hinter dem er da steht jetzt hat er den t30 der hat schon auch vorher auf ihn geschossen er dreht sich jetzt direkt auf ihn um gegner hat auch noch eine arti die darf man auch nicht ganz immer außer acht lassen bisher hat er sie noch nicht gespürt aber was nicht ist kann ja noch werden so und jetzt kuschelt er mal hier bisschen näher ran dass er eben nicht von der arti getroffen wird sofern sie dann auf ihn schießen wollen würde und wartet wahrscheinlich den t30 jetzt mal ab noch ist nichts zu beschießen wäre natürlich interessant wenn der t30 jetzt versuchen würde richtung leuchtturm zu fahren aber kann ich mir das nicht vorstellen aber auf jeden fall ist er nicht zu sehen der 112 war ist da hinten immer noch die vögel zwitschern die ruhe vor dem sturm könnte man fast dazu sagen so der kinderwerfer hat jetzt mal auf dem 112 war geschossen leider komme ich nicht kann ich nicht den in der freien kamera gerade beobachten der rheinmetall ist jetzt da ein bisschen mutiger fahrt ist darauf er hat natürlich eine problematik in dem spiel und zwar der jagdpanzer der haut so eine schelle raus dass er halt auch ein one shot schon in der tendenz wäre so der rheinmetall konnte jetzt den ersten hit landen die frage ist auch natürlich immer wo ist der t30 da ist er und jetzt hat er den deckel da kommt da ganz 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 schlecht drauf aus fast schon ein kunstschuss und da hat er nur noch 289 also deutlich weniger hit points als noch davor jetzt ist also ziemlich für jeden in dem team one shot ist ja auch lustig dass nur noch die tds am leben sind alle mittleren und allen schweren panzer sind schon zerstört nur noch die tds und eine arti ist noch da aber da kommt er auf die kommandantenkuppel eben ein und er endet leider vorne im stein 30 weiß nicht warum er sich nicht hier versucht aber er bleibt da hinten selbst jetzt wo wir die nachladezeit hätte nutzen können bleibt er noch da stehen jetzt kommt das super auf ja da wollte ich sagen kommt da super auf den deckel drauf und konnte das natürlich ausnutzen arti hält hier rein verfehlt jagdpanzer kommt jetzt krumm jagdpanzer kettet ihn nur und er kommt jetzt seitlich schießt doch ja seitlich sieben die kette ziehen beziehungsweise war wohl doch nicht gekettet aber 850er schaden jetzt definitiv gerade gekettet und der andere jagdpanzer zerstört sozusagen seinen baubruder jetzt nur noch die arti und der 112 am leben 7522 schaden gemacht kriegt dann wenigstens noch einen auf 112 das wäre zu wünschen weil es so lange wir ihn genervt hat ein kritischer treffer nur wie ärgerlich ja da macht das der fv selber schade schade der kritische treffer hätte ruhig ein richtiger ehrlicher durchschlagender treffer sein dürfen aber man kann nicht immer alles haben so jetzt müsste dann hoffentlich auch gleich die art hier aufgehen noch ist nirgendwo zu sehen die wird wahrscheinlich irgendwo hinterhalb in dem busch stehen schätze ich mal oder natürlich alternativ auf a1 wäre es auch möglich so der prototyp fährt jetzt vor den kill will er falls er zumindest da oben ist deswegen wartet jetzt hier und spottet nicht selber wie gesagt a1 scheint sie nicht zu sein also wird sie da oben irgendwo in den büschen stehen also ich schätze ein bisschen weiter rechts ich glaube so weit auch nicht doch da ist tatsächlich schuss und ja da macht er den kill shot fünf kills fast 8000 schaden 7912 und mit einem wirklich grandiosen action zu beginnen hat mir sehr gut gefallen vielen dank mercutio für dieses replay ich wünsche euch alles gute und wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne einen daumen da bis zum nächsten mal euer alcaramba bis zum nächsten mal